willkommen wieder bei los encounters und zwar ist mir jetzt mit dem zweiten sport alte ziegelei ich muss nur leise sein wenn wir so ein bisschen im wohngebiet sind aber ich führe euch mal ein bisschen herum dass ihr sehen könnt wie faszinierend toll das hier ist ich drehe euch wie immer praktisch da unten seht ihr im dunkeln meine taschenlampe hat leider ist akku leer es sollte nicht passieren aber ja gut ist halt jetzt so da unten sind praktisch die öfen wo die ziegel ausgebrannt wurden die ziegel sieht man die mitte noch ich bin jetzt praktisch 1 hier hoch über diese brücke laufen bin jetzt hier unter dem dach da regnet es rein hier kann man echt cool laufen echt faszinierend ich weiß es nicht mit dem staubsauger aber schon schick zum sein ja gut dann saugen wir mal los nachher zeige ich euch noch viel viel mehr bis nachher ja ja ja